Hallo ihr Lieben, ja heute möchte ich dir mal erklären, wie du oder zeigen, wie du schnell und einfach den VIP Goldmember Status bei Best Secret erreichen kannst. Wie du siehst, ich habe ihn auch schon erreicht, also es ist machbar und hat gut geklappt. Und natürlich möchte ich dir auch zeigen, was du davon dann natürlich auch hast und warum ich das natürlich gemacht habe. Habe hat ja auch Gründe. Ja, natürlich setzt es voraus, dass du da natürlich eine Einladung erhältst für den Fashion Club. Diese Einladung blende ich dir hier mal ein, den Einladungscode und du ihn dir auch unten in der Videobeschreibung verlinken kannst. Du kannst dir entweder ihn hier abschreiben oder auch unten direkt auf den Link klicken und wirst dann weitergeleitet. Und natürlich musst du auch zuerst Silvermember sein, bevor du dann Goldmember werden kannst. Wie du Silvermember einfach wirst, du siehst, habe ich ja auch schon erreicht, tue ich dir oben in der Infobox mein Video dazu verlinken. Und natürlich auch nochmal ein grundsätzliches Review vom Best Secret Fashion Club. Ja, legen wir gleich mal los. Zuallererst möchte ich dir mal zeigen, welche Vorteile du natürlich hast, wenn du im VIP-Club bist und hier dein Goldmember bist. Da klicken wir mal entdecke deine Goldvorteile. Und natürlich, ich lese jetzt nicht alles im Detail durch, da kannst du dann Pause klicken oder es dir selber angucken. Ich sage dir mal nur das Wichtigste, dass du einen grundsätzlichen Überblick hast. Also wie gesagt, ab 1500 Punkten sind wir Goldmember. Wie das geht, zeige ich dir gleich. Ansonsten, du hast natürlich hier den Vorteil, du hast einen Sneak-Preview. Also du bekommst einen Tag vorher schon die, schon hast du Zugriff vor allen anderen auf spezielle Produkte. Und ja, mega interessant und spannend. Natürlich auch das verlängerte 21-tagige Retoure-Recht, sowohl im Store als auch hier online. Und das finde ich gut, weil oftmals in der Hektik des Alltags gehen 14 Tage ziemlich schnell rum. Und sollte man da die Retoure vergessen, hat man sogar dann 21 Tage Zeit. Exklusive Designer-Ware, also spezielle limitierte Highlights für dich reserviert. Dann natürlich der verlängerte Warenkorb plus 30 Minuten. Heißt, du hast 60 Minuten Zeit, dir in aller Ruhe deinen Warenkorb zu befüllen, ohne dass er gleich wieder gelöscht wird, wie man es als Kind. Und dann muss man wieder von vorne anfangen. Dann natürlich der Mindestbestellwert ist nur noch bei 5 Euro auch sehr toll, weil oftmals, man kennt es ja, man möchte mal nur eine Kleinigkeit bestellen, aber dann hat man einen Mindestbestellwert von, was weiß ich, 30 Euro. Aber das T-Shirt, das man bestellen möchte, kostet nur 14 Euro. Dann denkt man sich, ach, jetzt muss man wieder zwanghaft mehr einkaufen, nur dass man auf den Mindestbestellwert kommt. Das fällt hier natürlich weg. Den Store-Zugang, ja, das heißt natürlich, genießen Sie das einzigartige Best-Secret-Einkaufserlebnis direkt in unseren Fashion-Stores und erleben Sie exklusive Events, Aktionen in Ihrer Nähe. Ja, natürlich hat Best-Secret auch Stores und das zum Beispiel auch unter anderem in München, wo du natürlich auch persönlich vorbeigehen kannst. Mega, mega genial. Ja, weiter geht es natürlich auch spannend. Die Provisionen für deine Empfehlungen, das sind hier 5% im Detail. Wenn dich das interessiert, da klickst du dann einfach hier auf hier. Da kannst du dann die, siehst du dann die AGBs dazu, wie das funktioniert für dich, wenn das interessant ist für dich. Dann der Priority, VIP-Alert, Restock-Alert. Also heißt, wenn dir ein Produkt gefallen hat und es ist ausverkauft, bekommst du eine spezielle Benachrichtigung, dass es wieder verfügbar ist und kannst es dir schnell sichern. Wie gesagt, die Empfehlungsgutscheine sind ja sehr interessant, denn wenn du eine aktive Empfehlung, eine Empfehlung getätigt hast und diese aktiv wird, bekommst du 15% Rabattgutschein für deine nächste Bestellung. Allerdings, ich sage es nochmal, es muss eine aktive Empfehlung sein. Also deswegen, ich nehme es mal gleich vorweg, wir switchen mal hier runter zu den 5 Einladungsrechten, die du dann on top erhältst. Du erinnerst dich, als VIP-Silver-Member bekommst du 3 Einladungen. Wenn du Gold bist, bekommst du weitere 5 Einladungen on top. Und ich sage dir das als kleiner Tipp. Bevor du eine Einladung vergibst, sprich einfach mit deinen Liebsten darüber, ob sie überhaupt diese Plattform für sich nutzen möchten. Denn wenn sie die Plattform nicht nutzen, dann ist es sozusagen eine verschenkte Einladung. Du hast nichts davon, sie haben nichts davon. Und deswegen würde ich da erst mal dir empfehlen, grundsätzlich mit deinen Freunden oder der Familie zu sprechen, die, wenn sie da oder ihnen die Plattform zu zeigen und wenn das für sie interessant ist, dann gib diese Einladung und ansonsten gib sie lieber dem, der oder dem Nächsten, die das dann für sich mit Freude, wie du dann auch nutzen, diese sensationellen Angebote, was es hier gibt. Ja, natürlich auch die Tagesvollmacht, Zutritt zu den exklusiven Fashion-Stores für ausgewählte Kunden, wie für dich als Goldmember beispielsweise. Ein Privileg, das nutzen sie, ihr Privileg, und teilen sie es mit Freunden und Familien, damit auch diese Zugang auf die Stores haben. Und natürlich, du musst da nicht alleine hingehen, du kannst bis zu 5 Begleitpersonen mitnehmen, jetzt als Goldmember, dass du da nicht alleine shoppen musst. Ihr könnt also sozusagen eine Shopping-Party machen. Ja, das sind mal die Gold-Vorteile im Überblick. Ich habe es gesagt, warum war für mich Best-Secret noch interessant? Zwecks, den zeige ich dir noch schnell, den Exklusiv-Benefits natürlich auch. Neben der stark reduzierten Designermode auch die Benefits. Hier einen kleinen Überblick. Ich lese es jetzt nicht alles im Detail durch, du kannst das dir selber anschauen. Nur, dass du halt grundsätzlich weißt, was alles möglich ist. Ja, du siehst es hier, den Überblick, was du hier alles für Benefits, VIP-Club-Benefits hast. Und jetzt überall, wo dieser goldene Badget, dieses goldene Abzeichen jetzt daran steht, da kannst du die Vorteile jetzt nutzen. Du erinnerst dich, am Anfang war es das silberne Badget und jetzt kannst du auch die goldenen Badgets nutzen. Beispielsweise, das war ja für mich so interessant, die Städtereisen beispielsweise, die Hotels. Ja, du siehst auch hier Gesundheit oder Gourmet, hier ist wieder ein goldenes Badget, auch die Reisen an sich. Hier sind goldene Badges und da kannst du jetzt auf die Benefits, die VIP-Club-Benefits zugreifen. Und natürlich auch, hier siehst du weitere Badges und ganz unten natürlich auch der Zugang zu den VIP, zu den Stores hier mit dem Gold-Badget möglich, so in Aschenheim, in München oder sogar auch in Wien. Ja, jetzt aber zum noch spannenderen Teil. Wie erreichst du überhaupt den Gold-Status schnell und einfach? Ach, wie kannst du diesen erreichen? Ich sage dir das, wie ich es gemacht habe. Und du schaffst das bestimmt auch, bin ich mir ganz sicher, wenn ich es auch geschafft habe. Also wie gesagt, du erinnerst dich, 1500 Punkte sind hier nötig. Und jetzt musst du nicht gleich bei Null starten, denn natürlich werden die 300 Punkte vom Silber-Status schon mal mit dazugerechnet. Also sprich, wir haben schon mal diese 300 Punkte. Jetzt zeige ich dir hier, beim Silber-Status, wie du ja schon weißt, hast du das Recht, dass du drei Personen einladen darfst. Jetzt gehen wir zurück. Wir erinnern uns, pro Freund oder Freundin, den du empfiehlst, bekommst du 100 Punkte. Aber Achtung, aktiv müssen die dann dementsprechend sein, aktive Freunde, habe ich dir ja gerade schon gesagt. Jetzt hast du diese drei aktiven Einladungen verteilt, dann hast du insgesamt schon 600 Punkte. 600 Punkte haben wir uns schon gesichert. Und jetzt, wie habe ich es gemacht, die restlichen Punkte zu holen? Zum anderen, ganz einfach, ich zeige dir es mal kurz. Wir klicken hier oben auf das Sparschweinchen, mein Guthaben, scrollen herunter. So, ich mache es mal groß und du siehst hier links die Bonus-Gutschriften. Ja, ein weiterer Faktor, den ich regelmäßig und stark nutze, sind zum Beispiel die Bonus-Gutschriften. Best Secret macht regelmäßig solche Aktionen und Gewinnspielen, wo du Punkte sammeln kannst. Und das kostenlos. Deswegen ist es wichtig, dass du den Newsletter zum Beispiel abonnierst, um diese Aktionen nicht verpasst oder halt regelmäßig in dein Best Secret Backoffice schaust, dass du da auf dem Laufenden bleibst. Und jetzt siehst du, momentan ist ein Oster-Special und ich habe hier schon Punkte gesammelt. Da kannst du immer ganz schön viele Punkte sammeln. Zeige ich dir gleich, wie das geht. Oster-Special, Bonus-Gutschrift, Bonus-Gutschrift. Dann war auch Valentin-Special-Beispiel, ein Spiel, Valentin-Stresher, wo ich Gutschriften gesammelt habe. Du siehst hier auch, das geht weiter, weiter. Da gibt es zig Events und Specials an Weihnachten, an Valentinstag. Ich glaube sogar an Halloween und, und, und. Und da musst du halt fleißig diese Gutschriften sammeln. Dann, wir gehen mal wieder zurück. Hier siehst du es auch schon beispielsweise, Easter-Special. Klicke auf die Ostereier, die sich in unseren täglichen Kampagnen verstecken, um bis zu neun verschiedene Preise zu gewinnen. Beispielsweise, da kann natürlich immer ein anderes Announcement stecken. Das heißt, ich zeige dir es jetzt mal nur ganz kurz. Wir klicken da rauf. Und jetzt siehst du hier beispielsweise schon zwei so Ostereier. Du klickst da rauf. Zum Beispiel hier hast du jetzt 20% auf Easter-Extras gewonnen. Auch sehr gut. Oder hier jetzt zwei Punkte. Wenn du beispielsweise noch als Beispiel, wenn du dich hier auf der Plattform bewegst, werden dir überall diese Specials über den Weg laufen. Hier vier Punkte. Hier war jetzt nichts drin. Und so geht das halt so weiter und so fort. Und du hast dann ganz einfach schon mal eine Möglichkeit, den Boost sozusagen zu nutzen mit diesen Specials. Und jetzt ganz klar, wenn dir das persönlich dann zu lange geht, bis du dir über die Specials dann die Punkte zusammengesammelt hast. Und ich gehe ja davon aus, dass du dann für dich auch diese tollen Luxusartikel natürlich auch selber shoppen möchtest. Das ist ja ein No-Brainer. Ganz klar, dann geht es natürlich noch viel schneller. Und ich gebe dir hier noch zwei, drei Denkanstöße mit an die Hand. Zum einen, du musst natürlich einfach nur ein bisschen dann dein Konsumverhalten dementsprechend umstellen. Wie geht das? Wie, in welche Richtung kann das laufen? Ganz klar, dem du deine, zuerst mal schaust vielleicht, ob du hier deine Geschenke, Oster-, Weihnachts-, Geburtstagsgeschenke für deine Liebsten findest. Weil, wie gesagt, pro ausgegebenen Euro sammelst du ja einen Punkt. Teilweise habe ich dir ja schon gesagt, steht ja hier unten. Teilweise geht es sogar noch schneller, weil dementsprechend hier hast du es nochmal. Pro ausgegebenen Euro, die sie ausgeben, erhalten sie einen VIP-Punkt. Bei manchen Specials warten sogar Doppelpunkte auf sie. Also sammelst du sogar, hier steht es ja nochmal, Augen offen halten, sammelst du natürlich auch doppelt die Punkte. Wichtig ist es aber auch, dass du diesen Bonus-Boost nutzt, da du ja, dein Status ist immer ein Jahr gültig. Und mit diesem Boost stellst du dann natürlich auch sicher oder auch mit deinem, wenn du dein Konsumverhalten umstellst, dass du auch dementsprechend Punkte sammelst, um aktiv zu bleiben. Ja, was sind das für Möglichkeiten nochmal? Kleine Tipps am Ende an dich. Wie gesagt, zuallererst kannst du schauen, ob du hier dann die Geschenke für deine Liebsten findest. Natürlich auch grundsätzlich vergleichen, ist ja natürlich klar, wenn du hier deine Produkte, was auch immer, Klamotten, gibt ja viel, gibt Accessoires, gibt Reisegepäck, es gibt Accessoires, haptisches, wo du daheim beispielsweise Dekoration, Klamotten, alles für Kinder. Wenn du es hier natürlich dann günstiger findest, kaufst du es ja hier. Du kannst natürlich auch beispielsweise mal einen, mit dich, mit deinen Freundinnen zum Beispiel treffen. Ihr könnt gemeinsam reinschauen, kann ja sein, eine Bekannte, eine Freundin von deiner Familie möchte jemand was bestellen. Dann bestellst du das für ihn und lass dir dann das Geld wieder geben, was es gekostet hat. Und ich denke, du kannst mir folgen, wohin die Richtung geht. Und so hast du dann, so habe ich es natürlich, auch natürlich in erster Linie, habe ich es natürlich, ich habe natürlich für mich günstige Designer-Klamotten geshoppt, weil es halt natürlich mega günstig war und ich ja da ein Sparbuchs bin und so habe ich dann sehr schnell, wie du siehst, den Goldmember-Status erreicht. Und das erreichst du dann natürlich auch, wenn du dich dementsprechend so, ja, so verhältst beispielsweise. Ja, ich hoffe, dir hat das Video geholfen und du wirst natürlich jetzt auch ganz schnell Goldmember. Ja, wenn du Goldmember bist, schreib mir es mal gerne in die Kommentare und ob du die, ja, was dir besonders gut an diesem Goldmember-Status gefällt, würde mich mal mega interessieren. Und ansonsten würde es mich freuen, wenn dir die Tipps geholfen haben. Lass einen Like da, abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke, weil dann wirst du nicht verpassen, wenn das Video kommt, wie man Diamond-Member wird. Und ansonsten wünsche ich dir noch tolle Shopping-Erlebnisse. Bleib gesund und wir sehen uns ganz bestimmt wieder online. Dein Nico, ciao, ciao.